Sie sind hier, 14. September 2018, 9.52 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, die Packers-Fans hoffen auf einen Einsatz von Aaron Rodgers, er, gegen die Vikings-Urheber-Rechte, die Images am 2. NFL-Spieltag kommt es zum mit Spannung erwarteten Division-Duell zwischen Packers und Vikings. Größte Frage vor dem Spiel, wird Aaron Rodgers fit? Auf die NFL-Fans wartet am Sonntagabend NFL-Live-Scores und live bei DAZN ein heißes Division-Duell. In der NFC Northam fangen die Green Bay Packers die Minnesota Vikings hier zum NFL-Spielplan 2018-19. Die wohl spannendste Frage vor der Partie, wird Packers-Quarterback Aaron Rodgers rechtzeitig fit? Im ersten Spiel gegen die Chicago Bears verletzte sich der Spielmacher am Knie. Nach einer Behandlungspause kehrte der 34-Jährige zurück und führte Green Bay mit einer bemerkenswerten Aufholjagd zum vielumjubelten 24.23 Uhr Sieg. Anzeige, die NFL bei DAZN Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Gäste-Coach Mike Zimmer hat an einer Spielteilnahme des 34-Jährigen aber gar keinen Zweifel. Er kann über Wasser gehen, daher bin ich mir ganz sicher, dass er spielen wird, so der Trainer. Gegen die starke Vikings-Defense ist der Einsatz von Rodgers auch unbedingt vonnöten, auch für den deutschen Ikenimes Sankt. Braun könnte es wieder erst werden. Im ersten Spiel kam er für die Packers bereits zum Einsatz gegen das Team von Quarterback Kökko Sesshof. Der deutsche Weit-Receiver auf seine nächste Chance. Anzeige, jetzt das aktuelle Trikot von Aaron Rodgers sichern. Hier geht es zum Schock. Patriots erwartet Bolwerke ein enorm anspruchsvolles Duell. Erwartet auch die New England Patriots. Die Offense um Tom Brady muss bei den Gexen will Jaguars antreten. Mit Blake Bortles haben die Jaguars zwar nicht den passsichersten Spielmacher, die Defense lässt aber kaum etwas zu und dürfte es Rob Gronkowski und Co. Nicht einfach machen im ersten Spieltag gelangen beiden Teams je ein knapper Sieg. Die Patriots setzten sich mit 27 zu 20 gegen die Houston Texans durch. Jacksonville schlug die New York Giants mit 20 Uhr 15. So können Sie den zweiten NFL-Spieltag live verfolgen. TV, Pro 7, M-A-X-X-L-I-V-S-T-R-E-A-M-Dassen Freitag, 14. September Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens 34 zu 23 Sonntag, 16. September Atlanta Feltens, Carolina Panthers, Buffalo Bills, Los Angeles Chargers, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Tennessee Titans, Houston Texans, Neff Orleans, Suns Cleveland Browns, Neff York Jets, Miami Dolpen, Spitzburgs Dealers, Kansas City Chief Stampa Bay, Buckneers, Philadelphia Eagles, Washington Redskins, Indianapolis Colts, alle 19 Uhr, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, San Francisco 49, erst Detroit Lions, alle 22.05 Uhr, Denver Broncos, Oakland Raiders, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, alle 22.25 Uhr, Montag, 17. September, Dallas Cowboys, New York Giants, 2.20 Uhr, Dienstag, 18. September, Chicago Bears, Seattle Seahawks, 2.15 Uhr, Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr Mehr